Ein domtastisches Willkommen zurück, wünsche ich euch hier bei Kirby's Adventure. Oui, wir sind immer noch in Welt 4, die endlosen Eiswaffeln und betreten hier mit Stage 4. So, was gibt es denn hier? Ein Schalterrätsel oder was? Nein, Eisengwind. Wow, ich bewege mich auch automatisch nach rechts. Wobei das mehr so aussieht, als würde dieser Wind hier eine kleine Lawine auslösen. Wenn ihr mal auf den Boden guckt, dann schaut es schon so aus, als würde sich der Boden bewegen. So, hier wird wohl gerade eine Lawine vorbereitet. Ja, 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 ja. Die beiden sind Gegner, über die man natürlich drüber springen kann, sollte. Was weiß ich? Ich will Kirschen, ich will Kirschen, ich will Kirschen, ich will Kirschen, ich will Kirschen. Nein, ich will Moncherie. Was soll das? Was hier? Ach so, es war Bonus. Ja, es war Bonus. Erstmal dachte ich, da geht es weiter. Aber hier finden wir ja bloß ein Swindlerzahnrad. Natürlich lehne ich das nicht ab. Haben wir schon mal das erste von hier. Jetzt geht's rein in eine Eishöhle. Mit eisigen Kanonen, Schutzschild. Und jetzt finden wir hier den Protektor. Sehr geil. Von den Viechern da könnte ich die Wasserfähigkeit bekommen, aber... Ehrlich gesagt brauche ich gerade gar nichts. Weil ich ja den Protektor habe, aber wir sind nur von Gegnern geschützt, die von oben kommen. Unten sind wir absolut verletzlich. Wie davor auch. So, hier haben wir noch eisige Windstöße, die mich nach oben treiben. Da sage ich auch mal nicht nein, am besten. Denn ansonsten wird es schwierig, diese Klippen hier zu überqueren. Hallalalalala, was ist denn hier? Bitteschön am Abgehen, du! Kommt runter, kommt runter. Allesamt gestorben. Oh, oder? Obwohl. Nicht ganz. Boah, das war oft knapp, aber wir sind durch. Und haben hoffentlich nichts übersehen. So, aber hier wechsle ich jetzt mal zur Wasserfähigkeit. Weil mit der ist man schneller und das finde ich einfach cool. Oh! Und deswegen bekommen wir die hier auch. Ihr seht es ja selbst schon. Da ist ein Rennen gegen einen kleinen Affen mit Schlüssel. Und logischerweise brauchen wir den Schlüssel. Schneller, 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 schneller. Surfen, nochmal surfen. Und nochmal. Gott sei Dank sind wir während des Surfens unverwundbar. Ja, mach doch, mach doch, mach doch. So, bis hier hin und nicht weiter, mein Freund. Dankeschön. So. Yay. Hat geklappt. So. Ja, hätten wir nicht gewechselt zur Wasserfähigkeit, glaube ich, wäre es sehr, sehr knapp geworden, um diesen Affen da zu erreichen. Und da kriegen wir wieder die Schneeball-Ultrafähigkeit. Ja, ich dachte mir schon, die muss doch in der Eiswelt auch noch drankommen. Das gibt's doch nicht. Und da ist sie. Wir kennen sie bereits bestens. Damit können wir eigentlich so ziemlich alles mit dem Erdboden gleich machen. Jeglicher Gegner ist kein Hindernis. Und auch keine Eiswände oder sonstige Blöcke interessieren mich in irgendeiner Art und Weise. So. Und da uns noch zwei Zauberzahnräder fehlen und wir hier eine Ultrafähigkeit bekommen haben, kann man sich eigentlich sicher sein, dass früher oder später auch ein Dimensionstor auftauchen wird. Also los, Kirby. Such da. Oh, Schneemann. So viel später in Triple Deluxe, wo man diese Schneemannköpfe zu den Körpern bringen musste. Habe ich dann im Preview und im Let's Play gezeigt. Ach, und da ist das auch schon. Das Tor. Boah. Na dann. Hallo, Fies. Oh nein. Von oben. Das finde ich fies. Das finde ich sehr fies. Von oben ist das Schlimmste. Außer irgendwann tritt der Fall ein, dass das auch mal von unten kommt. Oh crap. Mit dem Tritt bin ich auch noch mal ganz schnell. Also sollte es eng werden, dann sollte man den Tritt einsetzen. Und ich glaube, ich merke schon, dass Stacheln in dieser Zwischendimension eine große Rolle spielen werden. Boah, aber so richtig scheiße. Na mach schon. Also die schnellsten sind wir nicht gerade. Aber es ist ja auch ultra fies. Oh nein. Ich hätte den Block einsaugen sollen. Weil dann hätte ich nämlich. Hätte ich nicht. Ah gut. Das kann ich auch mit der Luft machen. Gut. Dann hätte ich nämlich diese Eiszapfen zerstören können. Ohne, dass sie mich potenziell verletzen können. Komm schon, bewegt dich, bewegt dich. Und runter, 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 runter. Hier auch noch mal bitte. Ganz schnell. Ja. Wir haben keine Zeit. Oh, was ist Aua? Was ist hier denn los? Das Gute an der Trittfähigkeit. Äh, das heißt Fähigkeit. Das ist ein ganz normaler Move. Das Gute am Tritt ist, dass man sich dabei nur selten verletzen kann. Also selbst wenn ich diese Stacheln da berühre mit meinem Fuß, passiert mir nichts. Oh, jetzt wird es ganz schön eng. Wow. What the fuck? Das war gerade mega knapp. Wow. Okay. Die Bombenfähigkeit. Ich habe sie noch nie gezeigt. Deswegen nehme ich sie jetzt mal für den Kampf. Also wir können da eine Bombe auspacken und sie werfen. Wir können mehrere Bomben werfen. Wir können die als Bowlingkugel benutzen. Moment. Hier geht das nochmal. Unten, ne? Nicht? Hä? Achso. Okay. Das ist, wenn man rennt. Alles klar. Aber, ja. Ich bin normalerweise kein Fan von dieser Fähigkeit. Aber ich kann mir vorstellen, bei dem Bosskampf ist die ganz schön gut. Weil wir da eben verdammt schnell attackieren können. Mit vielen, vielen Bomben. Oh ja. Schaut mal an. Wie der zugerichtet wird hier. Lol. So, ich könnte ihn eigentlich schon besiegen, bevor er seine Fähigkeit wechselt. Seinen Angriff habe ich geblockt. Aber nur einmal. Das zweite Mal habe ich mich dummerweise treffen lassen. Und jetzt würde ich sagen, beende ich dein Dasein. Ja, ja. Geil. Also, auch diese potenziell etwas schwächere und eintönigere Fähigkeit kann reinhauen. Gerade gegen Bossgegner. Aber ansonsten ist halt nicht so zu empfehlen, wenn es dann doch ein wenig ungenau ist. Und man kann halt auch bloß die Bomben werfen, ne? Sonst nix. Zielen, ne? Habe ich alles schon gesagt. Körbiknaller. Bombe bereit und dann nichts tun. Ja, super. Spurten plus eins. Eins neben Gegner. Unten eins. Ja. Das ist eigentlich alles nur was mit Bomben. Und der Körbiknaller ist das. Passiert da noch was? Ja, okay. Ich habe mich dabei zwar nicht verletzt, aber was zum Teufel soll es bringen? Oder hätte ich die Bombe noch ablegen müssen? Ach, sei's drum. Level haben wir geschafft. Und damit geht es dann auch schon weiter. Zum Boss, oder? Nicht? Hä? Und wir haben Testraum 3 geöffnet. Okay. Tatsächlich kein Boss. Die Welten werden länger. Ja, okay. Gut, 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 gut. Das war in Triple Deluxe auch so. Äh, ich glaube ab Welt 3 oder so. Meinetwegen. Wird das jetzt hier so ein Labyrinth? Schaut so aus. Oh, super. Ich mag keine Labyrinthe. Es dauert so lang. Meistens. Oh mein Gott. So ein Schlüssel. Schön. Das hier ist eine Bonustür. Ganz interessant. Ja, dann nehmen wir den Schlüssel doch mal mit. Aber halt, halt, halt. Was mache ich denn? Wir wechseln die Fähigkeit, Freunde. Weg damit. Ach ja, wenn man mehrere Dinge einsaugt. Also jetzt mal diesen Gegner und den Block. Dann kriegt man trotzdem immer die Fähigkeit. Also ihr müsst dann nicht überlegen. Oh, jetzt habe ich zwei Sachen im Mund. Was soll ich machen? Wir sind richtig gegangen. Cool. Dann hätte ich den Schlüssel nämlich sowas so gebraucht. Also seid euch sicher, ihr kriegt dann immer die Fähigkeit. Alles gut. Wenn man allerdings zwei verschiedene Gegner einsaugt, ich glaube dann kommt es darauf an, welchen man zuerst eingesaugt hat. Jaaaa. Also das ist ein komischer Level. Ist jetzt irgendwie, muss ich sagen. Hier ist der Speer. Dann wechsle ich mal. Weil wie gesagt, man sollte immer das annehmen, was das Spiel einem vorgibt. Nicht nur bei den Bossgegnern. Weil gerade beim Speer kann man ja immer mal wieder... Oh nein, das war Fail. Scheiße. Das Teil hätte ich nicht wirklich gebraucht. Stimmt's? Ja, das stimmt. Aber das kommt doch wieder. Richtig? Ja, danke. Beeilung, beeilung, beeilung. Nein, 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 nein. Das war doch klar. Mann, ich bin nicht so blöde gerade. Ja, ähm, was ich sagen wollte war, beim Speer gibt es ja auch immer mal wieder Schalter, die man eben nur mit dem Speer erreichen kann. Und für den Fall, dass das auch jetzt wieder so ist, komme ich da auch heute noch irgendwann hoch? Mein Gott, jetzt leck mich doch. Dann mache ich halt den Scheiß ohne blöde Kanone weiter. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Und wehe, ich brauche das Teil. Dann werde ich sauer. Was ist das für ein Typ? Ach so, der... Magie-Arsch. Oh crap, oh crap. Ich gehe schnell da rein. Das war sowieso ein Bon... Na klar. Hätte ich mal die Bombenfähigkeit nicht weggegeben. Und ich glaube, dann wäre ich da auch so reingekommen. Ohne dieses blöde Teil da. Ja, kommt. Nervt es mich nicht. Das Problem ist ja, die Gegner tauchen eh gleich wieder auf. Deswegen brauche ich sie auch gar nicht besiegen. Wir müssen definitiv mit dem Scheißteil darunter in diese Bonustür. Ich hatte die Hoffnung, dass sie es nicht brauchen, aber es war klar. Es war einfach klar. Aber jetzt habe ich es auch endlich mal geschafft, damit weiterzukommen. Wow, bin ich gut. Oh, bin ich der Chillermann. Oh yeah. Das war aber auch echt schlecht, was ich vorhin gemacht habe. Jetzt bleibe ich einfach mal hier stehen. Damit da schön alles da unten kaputt geht. Das One-Up nehmen wir mit. Warum denn nicht? Und dann haben wir hier endlich mal ein Zauberzahn. Die Nummer eins. Ja, wäre auch dieses schreckliche Kapitel mal abgehakt. Und dann würde ich sagen, geht es weiter. Nein, nein. Ich weiß, da kommt gleich was. Da kommt gleich was. Feuerfähigkeit. Nehmen wir die mal. Ist eh besser in der Eiswelt. Als die Magie. Da kommen bestimmt noch ein paar Blöcke, die wir eben nur als Feuerkörbe zerstören könnten. Genau das ist der Fall. Sogar mit einer Bonus-Tür. Also was gold richtig? Es wird diese Fähigkeit genommen. Oh nein. Jetzt kommt wieder so ein blödes Spielchen. Ich habe verloren, oder? Oh ja. Habe ich. Hier drunter müssen. Okay. Gut. Jaaaa. Hier wollen mich die Entwickler trollen. Aber. Auch wenn wir gefällt haben. Einfach wieder raus. Und wieder rein. Dann müssen wir eigentlich eine neue Chance bekommen. Was willst du denn? Bist du blöd? Ach, stirb endlich. Der hat drei verschiedene Formen. Also gut. Erstmal hier die Bombe aktivieren. Dann oben entlang. Warten. Runter. Und schnell sein. Schnell sein! Dann lass es halt. Du blödes. Diese scheiß Rennsteuerung. Wetten, dass ich jetzt hier mehrere Minuten brauchen werde? Stopp. Und weiter. Der Bonus ist aber wenigstens mal schwierig. Ist was Neues. Und deswegen ist es gut. Na also. Und jetzt? Okay. Ich habe auch keine Ahnung, warum der jetzt, äh, diesen Schlag eingesetzt hat. Weil ich eigentlich Grand bin, aber ja. Bin ich eigentlich der Einzige, der Probleme mit dieser Rennsteuerung hat? Kann auch gar nicht sein. Ja gut, aber ich war auch nie ein großer Fan der Wii eigentlich. Das muss man sagen. So. Ich drücke jetzt am besten den Knopf. Immer erst dann, wenn ich wirklich sehe, dass er rennt. Jetzt oben durch. Schnell, 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 schnell! Nein! Oh Gott, was ist denn das für ein Scheiß hier? Das ist aber auch lustig. Junge, wie soll man das so schnell machen? Vor allem, wenn man das Blind spielt, hat man doch überhaupt keine Ahnung, wie das Ganze hier läuft. Im Prinzip muss man wissen, was in diesem Raum abgeht. Um sich hier nicht zu blamieren. Was war das für ein Bug? Habt ihr gesehen? Ich steckte da drin. Geil. Also, so. Dann hoch. Ja, natürlich. Ja. Ne, ich sag nichts mehr dazu. Nö. Ich verweigere die Aussage. Das kann nur ein Scherz sein hier. Ach, ist das geil. Ach, ist aber. Komm. Jetzt mach ich keine Attacke, jetzt mach ich gar nichts. Jetzt hab ich einfach gar nichts gemacht. Und manchmal ist weniger mehr. Heilige Kacke. Also, auf die Rennattacken kann ich mich eigentlich null verlassen. Gut. Dann wäre auch das jetzt mal geschafft. Ich glaube, es hat wirklich fünf Minuten gedauert, so wie ich gesagt hatte. Oh, man. Diese Genie-Dies. Das sind lustig. Genie-Waddle-Dies. Warum sind hier überall Gegner, die aggro werden, wenn man einen Schlüssel trägt? Wetten? Hier kommt gleich ein Schlüssel. Die kann man auch killen, oder? Ja. Und so ist es. Da ist ein Schlüssel. An die unteren beiden komme ich allerdings nicht ran. Deswegen habe ich einfach mal den obere gekillt und hier renne ich halt schnell durch. Wird schon nichts passieren. Ja. Wow. Warte mal, warte mal, warte. Jetzt… Okay. Wow. Es hat mal was richtig gut geklappt. Glaub's denn nicht. Und leider ein leckerer Muffin. Ah, was ist hier los? Dunkel. Ist hier die dunkle Seite der Nacht, oder was? Aber wir haben eine Karte dabei. ein schlecht gebauter schneemann und was zum essen ja normalerweise verrenke ich mich jetzt für die highlight ist nicht aber ich war schon ein bisschen stark verletzt deshalb habe ich mich mal dazu herabgelassen da können wir rein ok wir können das ja sogar mit der kerze kaputt machen also hätte ich die feuerfähigkeit jetzt nicht dabei dann könnte man da auch so ein nice ja und hier haben wir wieder ein spielchen das war schon eine gute idee dass ich die feuer kann es auch die hand nehmen ich muss gestehen ich habe null ahnung was ich jetzt hier hätte machen ach so oder nie keine ahnung ich weiß nicht wie das gegangen wäre ohne sich zu verletzen ich wirklich keine ahnung vielleicht hätte ich die feuerfähigkeit nicht wegschmeißen sollen ja ich bin jetzt auch sehr schwer verletzt an das zauberzahnrad gekommen und naja lieber habe ich so geholt als gar nicht aber ein weiterer treffer und ich könnte sterben und das ist dann schon lame wenn man in einem kirby-game durch zu viele hits down geht ich meine runterfallen ok kann mal passieren oder so aber ganz normalsterben heiliger bitte ersparnier das flüsslichen und ein nur nein und ein rohen nein 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 danke scheiße da lang oder was nut DANN das für Lawyer sie haben da echt noch mal richtig rein gehauen ja das ist ziel danke also hier lief es echt jetzt richtig richtig blöd was war unterhaltsam das zu spielen das war ein richtig schöner abschlusslevel für die eiswelt mein gott und jetzt freuen wir uns auf den boss oder jetzt kommt er doch bestimmt oder macht ihr jetzt acht level nein da ist er ui schöne polarlichter im hintergrund so stellen wir uns doch gleich mal was ist das denn für einer der könnte jetzt schon richtig schwierig werden weil der dritte war ja auch nicht so schlecht was ich bin ja warum kann ich mich jetzt nicht heilen aber doch aber nicht komplett doch ok danke danke spiel vielen dank so was nehmen wir den kämpfer oder oder den linja weiß nicht ja ja vorher wäre vielleicht auch nicht so schlecht aber es gibt ja kein sehr effektiv und nicht sehr effektiv in dem spiel ansonsten wäre vorher wahrscheinlich das beste gewesen weil da ein eisgegner kommt ja ein ein ich kann mich doch auch an die wand klemmen da kann ich aber er kommt ganz ganz dreist hier rüber zu mir die wurfsterne ziehen jetzt leider nicht so viel ab wie ich mir okay was macht er denn da kann ich keine attacke so nach oben ich kann nur die pfeile werfen wird es halt mit dem schwert noch irgendwie was ist das ich kann den stern auch nehmen cool sollte ich mal versuchen ihn den stern auf den kopf zu donnern weg da weg da weg direkt direkt da fraus ist nämlich nicht ohne blocken und weg da wir machen das glaube ich nicht so schlecht bislang ich habe ich den stern genommen ich wollte es gerade probieren aber es geht irgendwie nicht mehr ach so ok dann hat er eine zweite fähig hier was ist der jetzt zum superstar engine geworden oder was geil what the fuck der macht ne kamehameha ok ich glaube der boss soll irgendwie so ein kleines im guten verarsche sein kann es sein oder generell dragon ball verarscht jetzt ja werden so getroffen ok das geht in dem man auf den stern zu rennt und dann eins drückt ich glaube das ist diese attacke die man macht und dann neben den neben einem gegner steht wow werden richtig geil gekillt aber ich fand den boss mega cool nicht nur weil er sich in den supersayage verwandelt kann und so hat kamehameha abfeuert er ist auch sehr wendig gewesen und es war nicht einfach ihn mit den hochpfeilen ständig zu treffen aber ich glaube die leistung war besser als der rest des parts verarschen die hier einfach mal dragon ball ich meine nur die haare ok kann ja zufall sein aber wenn er schon die hand so hält wie bei einer kamehameha das ist dann schon ein eindeutiges zeichen auch ja der paar hat auch bestimmten däumchen verdient allein schon wegen dem boss und den unterhaltsamen skilllosen passagen beim nächsten mal kommen wir dann in die vermeintlich letzte welt aber da sollte man bei curvy games eigentlich nie dran glauben nun ja wir werden sehen du hast es geschafft carrie meine sternen kreuzer hat jetzt wieder ein emblem endlich nun fehlt nur noch ein einziges teil vergiss nicht wenn die lohr wieder in schuss ist darfst du mit in meine welt fliegen diese bruchlandung hat mir wirklich einiges an ärger bereitet aber irgendwie war es das alles wert immerhin habe ich dadurch dich getroffen noch einmal vielen dank für deine hilfe du bist echt toll wie lieb